Ich kenne mich direkt wieder an, Poppes. Der geile, sagt der. Palette, 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 Palette. Wer ist mir hinterher gelaufen? Wir sind zwei Paletten. Nee. Ja, ich kann nicht nochmal blocken, kannst vergessen. Borough Time habe ich auch nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Ich habe jetzt erstmal Ausgang aus... Er bringt mich aber auch nicht in den Keller. Ausgang, Ausgang. Und ich hänge ihn zum ersten Mal, das ist auch nicht das Problem. Er geht aber instant nach rechts weg. Ist weg. Komm zurück, ich habe Herbvielitter. Der Ausgang, wo ich gerade bin, ist ja offen. Wir gehen nach Fasshaus. Du siehst ja, wo der Ausgang ist, ne? Links sieht er mir im hohen Gras Trappter. Welcher Ausgang? Links, rechts, geradeaus? der der offen ist ja wo der rechte ist offen der linke ist du rechts von mir laufen oder links von mir auf oder geradeaus der rückwärts und dreimal das ist eine super ausgabe danke was machst du jetzt ich bin schon falle 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 vorsicht da ist eine falle direkt vor dem hohen graf ist er lässt mich abhängen ich werde jetzt ein bisschen ich werde das kriegen wo ist der andere ausgang eigentlich da wo ich gerade rumrämmen so wie er das auch ich habe ich nicht wohl als gut der tut mir leid ich habe es versucht da ist der ausgang danke für die info hat er dies doch noch nie ja als ergriff drei wie er mir wie er es mir nicht gönnt dass ich dass ich kämpfe oder was ja jetzt hängt er mich natürlich hinten auf logisch ja wo hat man dich leider für den rennen verbrauchte das problem passiert meine gut aber ich habe zeit ich hab noch ein pip bekommen das ist schön ja passt doch dann ist ja alles gut genau ich habe auch denke ich mal jede mege punkte gemacht ich habe vier stacks ich habe wieder ein totem dazu gekriegt läuft läuft ich habe 45.000 insgesamt mit dem part streamers ob er auskommen soll dann ist hauptsache totem ist denn weg das ist die golde regeln totem so viel stext ja genau mehr brauchst du denn da am lecker was ist er denn eigentlich ich höre ihn noch ein bisschen aber ich weiß nicht wo es er freut sich aber auch über dick punkte der killer die ich mal von aus ja und kann auch gemacht aber ich denke mal gepippt werde ich auch locker haben so chill hat 25 x 4 das heißt er hat knapp 100.000 punkt gemacht 3 die hat auch knapp 100.000 punkte gemacht insgesamt würde ich behaupten wow er war nicht davon begeistert dass ich gg schreibe ernsthaft ich habe 98.000 gemacht ja das sag ich ja die begeisterung vom killer hielt sich wohl anscheinend im grenzen hihihi so war das jetzt letzte runde das war jetzt letzte runde ich bin gleich wieder bei euch so meine lieben wie gesagt war letzte runde ich hoffe ihr hattet auch einen spaß bei mir ich kann sagen ich hatte definitiv meinen spaß heute wieder ich danke euch für die ganzen loots für die ganzen subs moment da sind noch loots die muss ich noch durchlesen sein moment da sind noch loots und zwar von savage babe ach ja sollte auch mal looten gehen grabschfummelwühl wow abgebrochene zerfledderte zahnbürste hoch halt hihihi dankeschön dann ein loot von pukstar auch an dich ein vielen lieben dank loot und von crack nochmal bevor er ins bett gegangen ist kipp deinen fans endlich die cam mal gucken trotzdem dankeschön wie gesagt ich hoffe ihr hattet auch einen spaß bei mir ich hatte definitiv meinen spaß ne wir hatten keinen spaß deshalb sind wir auch hier läuft ich wünsche euch eine gute nacht ich werde euch natürlich jetzt noch weiter schicken logischerweise wie gesagt nochmal danke für die loots danke für die ganzen subs heute ihr habt mich echt fertig gemacht danke für die donations um gottes willen ihr seid wahnsinnig leute ich sag ja ihr macht mich fertig heute ihr habt mich richtig fertig gemacht von den donations von den loots von den einfach für ihren support schön dass ihr da seid auf jeden fall und ja wie gesagt wenn ihr schlafen geht wünsche ich euch eine gute nacht ich wünsche euch noch ein schönes rechtliches wochenende falls ihr doch noch bock habt ich schicke euch jetzt gleich rüber zu mats gaming der müsste glaube ich auch noch streamen ich guck jetzt grad mal ja der streamt auch gerade ist auch ganz lieber spielt gerade killer lohnt sich ist ein ganz lieber kerl mein nächster stream wird stattfinden ab dienstag zwischen ja ich denke mal 15 16 uhr werde ich wahrscheinlich streamen dann aber nicht so lange weil ich am mittwoch wieder früh raus muss aber Pukki danke dir auch natürlich schlaf gut macht euch noch eine schöne nacht ein schönes restliches wochenende und bis dienstag bye bye bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal